Hallo, ich bin Thomas Meckle. Früher war ich Fußballprofi beim FC St. Pauli, später dann Trainer und Geschäftsführer und in der Zwischenzeit bin ich als Unternehmensberater tätig. Im Fußballprofi-Bereich kenne ich mich gut aus. Bei Finanzfragen wende ich mich auch an Profis, nämlich an meine Hausbank. Ganz besonders dabei schätze ich die persönliche und flexible Beratung durch meine festen Ansprechpartner, Herrn Eggers und Frau Schmidt. Sie sind jederzeit für mich da und ich kann mich immer, egal wo ich mich auf dieser Welt befinde, auf sie verlassen und ich weiß ganz genau, dass ich mich an sie wenden kann. Die Volks- und Raiffeisenbahn kann ich deshalb bezüglich meiner Finanzen uneingeschränkt empfehlen.